Jetzt bin ich hier gerade so besucht bei Dschihad, einer der besten Trainer, was wir hier in Berlin haben, in Kampfsport. Na, Dschihad, Alitalia, boah, 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 boah. Bald komme ich wieder, ich komme dich wieder besuchen und dann machen wir mal eine Runde. Dann machst du ein bisschen Bratze mit mir. Na klar, auf jeden Fall. Peace. Bäh.